hey leute kleines update video war ja eine weile seitdem ich das letzte mal eines gemacht habe es ist einiges passiert und es gibt ein bisschen ein paar news die ich gerne mit euch teilen möchte zu allererst mal wird es in na vielleicht mittlere zukunft ein projekt geben über ein spiel wo ich daran mitgearbeitet haben weil es ein bisschen offiziellere geschichte ist wird das auf englisch sein einfach damit ihr schon mal vorweg bescheid wisst ja das wird dann kommen das werdet ihr dann merken weil es das einzige es ist nicht wirklich ein let's play aber es geht ein bisschen in die richtung ihr werdet ihr dann sehen das zweite ist ich ziehe demnächst um nicht ziehe anfangs juli in eine neue wohnung und ich weiß ehrlich gesagt nicht wie gut mein internet da ist das heißt es wird wahrscheinlich zumindest temporär zu einer reduktion der uploads kommen wie gesagt inwiefern wie stark das sein wird das weiß ich aktuell jetzt noch nicht das muss ich dann sehen ich habe von zelda und von nio natürlich noch folgen die ich versuche möglichst vorgängig hochzuladen um hoffentlich nur eine kurz oder wenn möglich sogar gar keinen unterbruch zu haben bei diesen projekten dann ja dota auto chess ist so ein bisschen tot das ist ein bisschen eine längere geschichte das wurde quasi gesplittet gibt es ganz viele projekte ich werde mir mal dota underlords angucken vielleicht kann irgendjemand der ich glaube es gibt auch irgendwie eine league of legends version der die gespielt hat mal irgendwas in den kommentaren dazu sagen ob die irgendwie was taugt müssen wir mal gucken wann wie ob das weiter geht das kann ich jetzt aktuell noch nicht wirklich sagen ja wie gesagt ich hoffe die nicht zu wenig content geben jetzt die nächste zeit durch meinen umzug ich versuche das natürlich so gut es geht ein bisschen zu minimieren aber wahrscheinlich ist es nicht ganz auszuschließen dass es da ja teilweise videos gibt die dann ausfallen werden beziehungsweise halt einfach später kommen naja ich denke das war es mehr oder weniger vielleicht noch eine kurze sache zu wow world of warcraft classic ich da das ja demnächst herauskommt ende august glaube ich wenn ich das richtig im kopf habe und meine wo w videos in letzter zeit relativ viele views bekommen haben einfach für die die es interessiert ich werde wahrscheinlich höchstwahrscheinlich wo w classic spielen wann wie wo auf welchem server welche intensität kann ich allerdings noch nicht sagen ja muss man mal gucken vielleicht lässt sich doch irgendwie was machen dass man irgendwie mit der community ist sich da irgendwie ein bisschen was aufbaut müssen wir mal gucken weil sie jetzt aktuell noch nicht bin ich aber gerne offen für vorschläge ja wie gesagt ich denke das war's ich wollte das kurz halten wird auch kein video material dazu geben ich brauche mich ganz herzlich zu sehen ich hoffe ihr habt weiterhin spaß mit meinen let's plays und ja ich hoffe wir sehen uns bis dann macht's gut und auf geht